herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch den xy sampler von xy records alle weiteren informationen zu diesem album und der tracklist sowie natürlich auch die links zum album findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung xy sampler das ganze im september 2019 erschienen wir haben hier mal wieder ein album aus dem bereich deutsch das ganze über xy records erschienen es ist ein label sampler also wir haben hier das label von aka außer kontrolle und auf diesem sampler vereint er eben die vier künstler die bei dem label unter vertrag stehen nämlich natürlich einmal er selbst dann fuchs außer kontrolle und dann haben wir hier noch farun und morr alle vier künstler hier auf dem cover abgebildet reguläres toolcase seitlich beschriftet und auf der rückseite gibt es die tracklist zwölf stück an der zahl dahinter dann etwas kleiner geschrieben einerseits der interpret und auch noch die produzenten infos barcode und dann schauen wir mal rein so zuerst einmal ins booklet also das cover einmal hier ak außer kontrolle dann haben wir fuchs farun und morr dann die sampler credits und noch weitere infos ja das war's zum booklet wir schauen gleich direkt weiter zur cd in schwarz und weiß gehalten also schwarz und dann mit der weißen schrift hier wird die druckt und dahinter noch mal das logo von xy records das war's auch schon mich würde natürlich interessieren was solltet ihr von dem album beziehungsweise dem sampler schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr ak außer kontrolle und auch mich unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute wir sehen uns beim nächsten unboxing passt euch auf ciao